Hallo miteinander, mein Name ist Selina, ich bin 15 und habe kurz meine Lehre angefangen, hier bei der PwC. Die ersten Tage haben mir super gefallen. Wir hatten so zwei Einführungstage, einmal in Bern und einmal in Zürich. Und dort sind alle neue Lehrlinge aus der ganzen Schweiz zusammengekommen und dort hat man halt alle Leute so ein bisschen kennengelernt und natürlich auch sehr viel über PwC selber gelernt. Die Lehre hier bei der PwC ist super vielfältig. Man kann in die verschiedensten Abteilungen gehen, die Leute sind mega freundlich und super hilfsbereit. Und da PwC eine internationale Firma ist, hat man sehr viele Chancen, wie zum Beispiel das Englisch anwenden, das man in der Schule gelernt hat, oder Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen. Und das sind nur einige Gründe, wieso ich mich da bei der PwC wieder bewerben würde und wieso ihr es doch einfach auch versuchen solltet. Die PwC hat momentan mehrere Lehrstellen offen und wegen dem ergreift euch die Chance und bewerben euch jetzt doch einfach online.